Diese... Ich hab keinen Bock mehr, hau rein! Er hat etwas doppelt gezogen. Die Eier ein bisschen gekratzt, mann. Und dann wird daran, mhm, gerochen. Ich geh mir jetzt erstmal den Chicken McNugget mit der ich mich auf dem Sack gegriffen hab. Ja, geil. Also wenn's da jetzt irgendeinen Gaylord da draußen gibt, ja das Video nicht, liked man und ohne Adblock guckt man dann, oder mit Adblock guckt man, der bekommt so eine Schelle, mann, ich werde ihn so hart verprügeln, mann. Das ist auch unglaublich Ich werde dir so dreichig ins Gesicht wichs man. Du ich finde ich wenn du mit Adblock guckst du müsset man Ja ja was da los hey Leute, hier ist wieder der Bendy und da haben wir von den 2 Epic Buddys zu einem neuen Video von uns und heute gibt es ein neues Supply Drop Opening Wir sind mega gehypt, nämlich vor ungefähr gefühlten 5 Minuten kamen neues Update raus wo es ja jetzt neue Waffen gibt im Black Ops 3 Und wir wollen die natürlich direkt ziehen wir haben beide 5000 Punkte am Start also insgesamt 10.000 wir können so viele Kisten öffnen und wir ziehen hoffentlich direkt die ganzen neuen Waffen Es gibt ne Shotgun, es gibt ne Pistol und Nahkampf Waffen und das wäre natürlich perfekt wenn gleich was kommen würde Okay auf geht's man, Teenage Host, keine Ahnung was ausspricht, ist auf jeden Fall auch neu Mega nice, let's go, mal gucken, bitte ich will so unbedingt ne neue Waffe Gib mir direkt was cooles, okay, Monochrom für die SVG, not bad Dieses Klinge sieht auch nicht so scheiße aus, mal gucken Aber ich will natürlich, die Shotgun sieht wie ne richtige Dildo Waffe aus, also, ich bin mal gespannt was die letztendlich wirklich ist, wir wissen schon noch nicht Das Update ist wirklich vor 20 Minuten erschienen gerade, also Kommt sie was, ich habe gerade ne neue Tarnung gezogen, Nero Gion, keine Ahnung, so violett, läuft auf jeden Fall Mal gucken, wie die Endgame aussieht So, oh Gott, Mann, bitte gib mir was cooles Ah, Mann, noch nichts Neues Es gibt neue Nahkampf Waffen und so neue Waffen, Mann, und ich will irgendwas davon ziehen, vielleicht jetzt Okay, das sieht aus wie eine Argus Ah, gar nichts von beiden Auch okay Ey, weißt du, wie belastet das wäre, wenn wir keine einzige neue Waffe ziehen Aber vielleicht ist da gleich was Oh Schriftgelehrter Okay Ah, fuck, Mann Überzeugt mich noch nicht so, Mann Bitte jetzt Oh Gott, schreck mich, Mann, da kommt wirklich ne Shotgun in episch und dann ist das ne KRM, Mann Das ist Dreck, Prestigetarungen, ich hasse sie einfach Oh Ey, ich hab schon gesagt, ich will die Shotgun, du bekommst die Pistole mit deinem Triggerfinger und ich fuck dann mit Shotgun ab Ja Ich hab jetzt, wir haben uns das noch gar nicht ausgemacht, wie viele Kissen soll ich überhaupt öffnen? Fünf Fünf Oder wie viel haben wir aber gemacht? Zehn Ja, mach nur mal weiter Wie viel hast du schon geöffnet, Digger? Ähm, okay, warte Jetzt öffne ich schon, Pech Der ja Pech Abgehoben Ich seh schon wieder ne Argus Ah, ist aber nicht gekommen Okay Schade, Mann Und weißt, schaffst du's jetzt mit dem Linkster öffnen? Machst du's jetzt so oder geht die Linkster aus? Ah, nee, ich hab's wieder nicht so gemacht Haha, Digger, Mann Ähm, ich hab noch bis jetzt alte Tarnungen gezogen, nix Neues Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall was Freshes Oh Ah, ich hab schon wieder die Argus gesehen Ja, vorhin gesagt, zieh ich noch mal, Digger Oh Ich hatte die schon Oder hatte ich die schon? Ich weiß schon Ja, doch, die hatte ich schon Auf jeden Fall, Mann Ey, aber auf jeden Fall ne neue Eine Waffe gleich mal Also, da kommt noch was Okay Okay, zweimal Legendary Und einmal Selten Ich glaub gelöscht ist ein neuer Spot Auf jeden Fall Hm Mal gucken Ey, Mann Ich tausche direkt meine Waffe Ey, pick ne neue Waffe Komm, let's go Oh, Kupfersteh ich für die ICR Nicht so ganz Aber fast Ich hab übrigens neun geöffnet Okay Oh, okay Oh, das sieht nice aus für den Firebreak Barock Digga, das ist glaub ich neu Das sieht fresh aus Okay So, vier kann ich noch öffnen Komm Gönnt ihr, gönnt ihr Komm Irgendwas Neues Neue Pistol Neue Shotgun Neuesten Knife Die neuen Knife Die neuen Knife sind übrigens richtig seltsam aus Ja, aber die Waffen eigentlich auch Also wir haben eigentlich selbst keine Ahnung was das genau alles ist Ja So, kommt zwei noch Da muss was sein Epic Die Pistol Oh Die LK Kupferstich, Mann Krass, Mann Okay Oh, letzter Oh Nein Bullshit Einfach noch Bullshit, okay Ich würd sagen du öffnest jetzt elf Okay, let's go Elf Kisten Ey, wir müssen jetzt was neues ziehen, Mann Und wir haben auch gesagt, wir ziehen einfach so lange, bis wir alle neun Waffen haben Einfach, weil wir sie unbedingt haben wollen Also komm Let's go Gib uns jetzt was Kann ja nicht sein Ey, Digga Fuhr ich jetzt an Warum Was? Warum? Ich verstehs nicht Was ist da los Weg mit dem Dreck Wir ziehen ja beide die Vielleicht jetzt kommt ja was Bitte Eine Ritualtarnung für die Razorback Lächerlich Kann ich nicht abhaben Komm Komm Komm, komm, komm Wo sind die Waffen, Mann Nicht so eine HH-Geste oder Folie Wie immer Juck, kein Menschen Ich will die Waffen So Komm, 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 komm Komm Ich bekomm wieder nur so komische Thema-Tarnungen Guck Bomber Battery Ist glaub ich auch neu Sieht gar nicht so scheiße aus Aber ich will trotzdem eine Waffe, Mann Kann ja nicht sein, dass wir so viele Kisten öffnen und keine neue Waffe bekommen Edelstein Schläger Ah Das war ganz coole Sachen aber Nicht das was ich haben will Komm Let's go Irgendwas Ist das jetzt zweimal normal Einmal selten Digga, es gibt so viele Waffen So viele geile Sachen Und ich bekomme nur die Scheiße So Ähm Ja, ich habe noch ein paar die geöffnet kann Vier Stück Dann Was ist das? Ah Schattenschlag, Mann Das sah aus wie ein Schlagring Das wäre zumindest immer etwas gewesen Unglaublich Digga, wir hätten uns die Waffenbestechungen einfach aufstehen sollen Stimmt Ja, für jetzt Mann, Enderagon Wie oft bekommt man denn das? Das ist ja noch Hä? Das ist ja billiger als Werde Und keine Ahnung was, Mann Ich ziehe das die ganze Zeit Oh Gott Billiger als die Holztarnung Komm Holztarnung Holztarnung Beste Ja, ist echt so Oder Staubtanung, Mann Was willst du tun? Komm, 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 komm Mann Ey, ich verzweifle Es kommt einfach nichts Was ist das? Ja, das Game denkt sich so Du ziehst einfach nichts mehr Ich meine, du hast alle Waffen Jede einzelne Bis auf die neuen Zwecke Ja, Mann Hast du jede einzelne Scheiß Waffe Ich meine, ich habe auch alle Bis auf die Raketenwaffe Ich habe auch alle Bis auf die Raketenwaffe Also, du kannst weitermachen Oh, okay Jetzt bin ich gespannt Vielleicht habe ich jetzt das gleiche Ich hoffe einfach nur, wenn man nicht will Einfach die Shotgun haben Oh, was? Energie an Ey, es sieht richtig fresh aus eigentlich, oder? Ich habe das Ding wirklich schon 20 Mal gezogen Es sieht aber richtig fresh aus Ich finde es fresh Ich habe es für die Kuda gezogen Das klatsche ich dann mal gleich drauf Oh, Eis-Tanning für die KM Nicht das, was ich wollte Beten hilft, habe ich gehört Ja, kannst du es ja versuchen Hilft überhaupt nicht Finde gar nichts, Mann Nee, 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 nee Energie auch gleich nochmal für die AK5 Aber ich finde, das sieht übel sick aus Kann man sich Ich gucke gerade Ich weiß gar nicht, für was ich jetzt diese wirklich die Tarnung da gezogen habe Ich wollte mir das irgendwie mal gucken Oh, wieder so eine neue Tarnung Äh, so ein neuer Oberkörper Wandererspinne Okay Auch wieder mit Goldelementen drin Das finde ich richtig fresh Dass die von der Heldentarnung meistens zu Elemente drin haben Aber absolut wieder nichts gezogen Das gibt es doch nicht, Mann Okay, vier noch, komm In den vier Komm, 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 gönnt ihr Irgendwas Ich meine, ich habe noch nicht mal eine andere Waffe gezogen Bis auf das Fuhrrengesanteil Ja, wie lächerlich ist das, dass wir beide das ziehen Oh, epic Verstoß für die Argos, ne Wer braucht sowas? Na, da Ich sehe nochmal die Argos Aber es kommt gar nichts, Mann Es kommt gar nichts Komm, jetzt Geschlossene Augen Gönnt ihr? Und? Gar nichts, Digga Die Enttäuschung Wenn man da hinguckt und nichts da ist Okay Finkelt bitte ein, Mann Ja, ich sehe Ich habe mir auch gerade im Hintergrund Und jetzt da diese SVG in Energon Oder wie man das auch immer ausspricht Angeguckt Ist jetzt gar nicht so special Also wirklich so eine ultra billige Tarnung So, los geht's, Mann Let's go, bitte Es kann nicht sein, dass wir wirklich bei so vielen Kisten nichts ziehen Das ist unmöglich Wieder Energion Viel Scheiß Schiefer, Mann Ding, ich möchte es direkt verkaufen Komm, bitte Doch eine verdammte Waffe Die Pistole oder die Shotgun Sonst will ich nichts Sei doch einfach gnädig, lieber ZeoDiGott Und gib mir was davon Ich wette, wenn ich wirklich eine special Waffe bekomme Sich was doppelt Okay Ritualtarnung für die Shotgun Und natürlich Was sagt's sonst? Die violette Tarnung Ey Das wird er Lassen Wird noch mehr zum Hass Ding als Kupferstich Kupferstich ist geil, Mann Outlaw So ein Sheriff Kopf Thema Auch nice So, komm, 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 komm Vielleicht jetzt Okay Auch nicht schlecht Sieht krass aus Okay Ich muss jetzt schon mit dem Kryptos öffnen, Mann Let's go Let's go Komm, 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 komm Da ist wieder nichts drinnen, Mann Ich weiß gar nicht, was ich noch tun soll Da muss heute einfach eine Waffe kommen Wie gesagt Wir ziehen so lange, bis wir da was ziehen Das kann nicht sein Ey, ich hab halt Ist das der orange Körper? Den hab ich doch schon Da fehlt mir halt Das ist doppelt, Mann Ich will den Kopf endlich Von dem orangen Ding da haben Vom Roboter Dings Anzug Abgehoben Immer alles am Doppelziehen Man hat sich Kriegs gezeichnet Und Totschick Zweimal episch in einer Kiste Und wo sieht das bitte Totschick aus? Guckt euch das an, Mann Das sieht aus, als wäre ein Unfall passiert Ey, wir haben mittlerweile schon 50 Sublightrops geöffnet Und zweimal Furien sein Genug bekommen Was ist los? Illuminati für Spectra Was ist da los? Das ist so unglaublich Ich glaub, man kann nicht mehr Pech haben So Komm Nach der Kiste öffne ich noch einen Dann bist du wieder dran Okay, auf geht's So scheiße Komm jetzt in der Kiste Da ist jetzt was drinnen Gib mir was Es ist zweimal normal einmal selten, oder? Ja Okay Viel Spaß Werde ich haben Hoffentlich Hoffentlich was geiles Neues Komm schon Sturmtarnung für die KM Ich hab jetzt mittlerweile schon so viele KM Tarnungen gezogen Das gibt's doch gar nicht Und Infrarot für die KM Ist das neu? Ähm Sieht neu aus Ich weiß gar nicht Kopfverstich für die Dredge Let's go Baller mir noch ein paar geile epische Tarnungen rein Und gib mir keine Waffe Genau so will ich das sehen Komm Eine epische Tarnung geht noch, man Na Absolut nix Und Ah, Cartoon für Spectra Und Komm Nix Nix Juckt das Spiel nicht Juckt's nicht, man Das will uns keine neue Waffe geben Ja Vielleicht sind die noch gar nicht da Bin ich einfach nicht erlaubt, dass wir eine davon ziehen Oh man Ey Ich will jetzt eine neue Waffe, man Digga Das gibt's doch nicht Das gibt's nicht, man Oder wenigstens ein Nike Oder so Ja Kommt nichts Weißt du Wir ziehen nur das scheiß Ninja Schwert poppelt Ich bin grad sprachlos, dass wir absolut scheiße ziehen, nur Komm jetzt aber Funken für die M6 Energie Und für die Hemik Ich zieh die ganze die Energie Und Läuft bei der Epic Vielleicht ist das eine neue Waffe Verstoß für die HVK Oh Gott Ja Ich seh schon wieder die ganzen Screenshots Oh in der ersten Kiste hab ich das gezogen Ja man Ist der euch das gezogen Oh Okay Ich hab nichts gezogen Kannst du wieder dahinter machen Ich gönne mir einfach Ich gönne mir wieder nichts Oder Black Ops 3 Gönne ich mir wieder nichts Ja Einmal legendär Einmal normal Einmal selten Und alles scheiße Ich seh auch kaum episch Man haben die die Raten wieder rumgeschraubt Kann ja nicht sein Wieder zweimal normal Einmal selten Krasse Kisten Ich kann gar nicht mehr so viel öffnen Läuft auf jeden Fall bei mir Vielleicht da jetzt bitte kommt Da seh ich wieder was episches Und es kommt einfach selten Alles klar Komm 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 Sturm für die Wiewild Digga Die Kiste war eigentlich geil Aber Ja eigentlich war nur Dreck drin Komm 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 Da seh ich wieder was episches Bitte komm doch mal was cooles Und es ist einfach Staub Es kommt zweimal normal Einmal selten Es sind die schlechtesten Kisten Die man öffnen kann Es kann nicht schlechter sein Ja Nee Wieder Für die Gorgon Energon Tarnung Da Wie ein Jungsmann Niemanden Niemanden Komm Ich hab gleich alles verballert Was so los Zweimal selten Einmal normal ist Es kann nicht schlechter laufen Es läuft Es ist unmöglich Digga Was ist das Hallo Ey Okay Letztens hat was gut funktioniert Black Ops 3 Ich werde dich nie wieder spielen Ich werde dich anzünden Verbrennen Wenn du mir jetzt nichts Gutes gibst Komm Das funktioniert nicht Wer stoß für die KRM Mann Okay Jetzt aber Ich werde dich anzünden Verbrennen Vergraben Vernichten Keine Ahnung was machen Jetzt juckt das Spiel einfach nicht Ich bekomme Staub Okay Du kannst weitermachen Digga Ich hab dann nur noch 106 Gruptus Ich werde gar nichts ziehen Ich werde gar nichts ziehen Ich sehe es jetzt schon Eine neue Waffe Mit sein Vorrengesang Das war's man Das war's Leute Was anderes werden wir heute nicht mehr ziehen Wahrscheinlich noch mal eine epische Oberkörper Tarnung Wahrscheinlich brauche ich die alle Wahrscheinlich Ich will die neuen Waffen zocken Mann Digga Die neuen Waffen will ich Oh come on Wo ist das los Aber wir müssen positiv denken Okay Es kann nicht schlechter werden Digga ich denke nicht mehr positiv Ich meine ich hab 10 mal Gorgion Und wie Nee Energie und Denksbums gezogen Ob ich die brauchen will Sieht zwar sick aus Aber ich will die neue Waffe Jetzt vielleicht Epic Energie Und nochmal Und Epic Kriegsgezeichnet ECR1 Es ist so low Nee Nee Es geht Es geht Es will mir die neue Waffe nicht geben Ich bekomme auch 10 mal Das hast du noch Noch 214 Es will mir auch Die ganze Zeit Gibt es mir die Haptisch Tarnung Oder wie die heißt Ja Hab ich auch bekommen Als ob man Ich will einfach nur Die neuen Waffen Digga Mir hab ich jetzt eine Waffe gezogen Als ob Da muss noch was kommen Unser Lack ist nicht on point Weißt du noch Beim letzten opening Ich glaub du hast in jeder zweiten Kiste Eine neue Waffe gehabt Ja man Lack ist nicht mehr ansatzweise on point Schon wieder ein Kopf thema Man Episch brauche ich nicht Ich brauche eine epische Waffe Komm schon Digga das gibt es nicht Ich glaube wir haben jetzt dann alle Insgesamt so und ihr Jahr 70 Kisten geöffnet Du bist dran let's go Oh ich bin dran Okay Meine letzten drei Kisten ich öffnen kann Wahrscheinlich werde ich nichts zu machen Ja Nö Zweimal normal Einmal selten Richtig geil Macht bock Macht bock Macht bock Ja Wieder oder Heptisch Geil Digga Wollte ich schon immer haben Für die Argos Ja 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 Das war's Let's go Let's go Da ist was drinnen Da ist was drinnen Da ist was drinnen Ich sag's dir Das bin ich In dem In dem In dem Subbleytops schonmal nicht Da ist nur Scheiße drin gewesen Im Nächsten dafür Ah Okay Okay, das sieht geil aus Energie und schon wieder für die Kuda Für die Kuda habe ich das schon Ja Wie oft will die Tarnung noch kommen Nein, nein, ich will ne Waffe, gib mir ne Waffe, spiel, bitte, Wunder, bitte, man, bitte, ich seh da irgendwas, gar nix, wie immer, jetzt vielleicht, müssen wir irgendwie traurig gucken oder so, dass wir dann, ja guck, versuch's mal, oh Gott, ne man, es will mir nix geben, ich glaub, alternativ ist auch momentan angesagt, am Sack kratzen und daran riechen, ja man, da ist auch angesagt, hab ich auch gehört, oder am Arsch geht auch, so, weiter hin, eins kann ich, ach Gott, ey, das ist absolut scheiße, was ich zieh, absolut dreckig, absolut dreckig, absolut gar nix, schwindler tanken, wahrscheinlich, wahrscheinlich, gell, ja, ich hab nix mehr, wollen wir noch mehr öffnen, ja, ich würd sagen, Leute, wir bestellen einfach nur mal rein und wir forsten einfach unser Lack, also, eine Million Euro, Case Opening incoming, also, bis gleich, so Leute, weiter geht's, unser Lack wird einfach geforst, wir müssen einfach eine der neuen Waffen ziehen, wir haben es am Anfang gesagt und das müssen wir jetzt einhalten, es geht direkt weiter mit einem geilen Case, einmal normal, einmal Legende, einmal selten, die schnell-Ziel-Variante wollte ich schon immer haben für die ICA, die ICA ist einfach eine mega-overpowerte Waffe, drop, bestimmt, immer mit einer Kugel, vielleicht kommt jetzt die Shotgun, der Stoß für die ICA, wollte ich auch schon unbedingt haben, habe ich bestimmt nicht doppelt gezogen, oder so, ne, ne, das ist das Spiel einfach nicht, wie war das am, guck, warte, ja, ich hab keinen Bock mehr, Tille, was ist gekommen, Marshall, Marshal, 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 okay, läuft der,hing O bit debatt, bei dem Game, Marshal wollte ich auch schon immer haben, vielleicht jetzt, ne, ne es ist Ritual, Digge, für ein Kampfmesser, wie schwul hat, egal, die ist, komische Tarnung, Der hat gerade so richtig hässlich ausgesehen auf der AVK. Aber YOLO. Der hier hat aber eine Shotgun. Ey, Mann. Wir müssen uns hypen, Leute. Was ist denn los? Das ist sicher eine Game Maker, oder? Ja, es ist eine Game Maker in Monochrom. Oh, Mann. Ich glaube, ich gebe es gleich auf, Mann. Da bekomme ich schon Kopfschmerzen. Das ist so unglaublich. Warum muss ich die Marshall wieder ziehen? Ich habe ohne Witz die Marshall drei oder vier Mal schon gezogen. Kann ja nicht sein. Bitte. Oder zumindest, mir fehlen noch so viele Knives. Wie kann... Das ist... Das musst du dir mal vorstellen. Mir fehlen sechs Knives, glaube ich, oder sieben. Dicke, wir haben erst zwei Sachen gezogen. Ja, aber warte. Mir fehlen sechs oder sieben Knives. Und dann ich ziehe ein Knives, das ich schon habe. Wie? Das ist... Nee, das geht gar nicht. Es geht nicht. Wie viel hast du schon gezogen? Warte, ich sag's dir gleich. Und ich bestelle schon wieder die ganze Zeit falsch. Ich kann ja dann neu bestellen. Allerdings, mache ich jetzt so. Vielleicht bringt das jetzt Lack, okay. Diese N-A-Go. Ich quittet mich. Ich habe keinen Bock mehr. Hau rein. Er hat was doppelt gezogen, schätze ich mal. Warte. Ich rate mal. Lass mich raten. Du hast die FVR gezogen. Pimmel geforst. Die Eier ein bisschen gekratzt, Mann. Und dann wird daran... Mh, gerochen. Einfach, weil es mich nicht juckt. Schädelbrecher. Wahrscheinlich. Ihr glaubt mir das nicht. Also ich... Nee. Also ob ich geisteskrank wäre. Ich werde euch das jetzt zeigen. Guckt euch meine Nifes an. Was guckt euch an? Was da fehlt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Wahrscheinlich ziehe ich alles doppelt. Nee. Ich habe gerade... Spontan kein Bock mehr. Ich würde sagen, du ziehst jetzt einfach weiter. Ey, wenn ich jetzt was doppelt ziehe, dann reist ich aber auch aus. Ey. Haptisch für einen Raketenwerfer, Energie und fürs Normale. Als ob, Digga. Die neuen Tarnungen kommen rein. Wie was weiß ich. Aber die neuen Waffen... Ich schaue die neue Shotgun. Nein. Das war nicht die neue Shotgun. Das war die Akkus, Digga. Mann. Ich dachte, das ist die neue Shotgun. Ja. Ich könnte echt heulen. Ja. Der Moos... Der Moos was Neues kommt. Das gibt's nicht. Ey. Ich habe bis jetzt nur Fuhren gesagt gezogen. Ich habe gerade die neue Shotgun gesehen. Ich schwöre auf alles. Ich habe die gesehen. Libelle für den Spectermann. Wie sieht das aus? Das packe ich dann direkt drauf, man. Richtig crazy. Komm. Ich schwöre, ich habe die neue Shotgun gerade eben gesehen. Ist aber nicht gekommen. Ist der eigentlich Epic oder Legendary? Ich glaube auch Epic, oder? Müsste auch Epic sein, ja. So wie der Oberkörper auf Epic, Mann, Digga. Ausbruch. Ja. Ach, als ob. Nächstes kommen. Jetzt vielleicht haptisch für die ICR-1. Wahrscheinlich brauche ich das noch. Ja. 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 Unser Lack ist nicht da, Mann. Unser Lack ist nicht da. Es ist absolut unmöglich. Ich weiß, ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Es war einmal Epic. Ja. Während der Spinne nochmal. Ich habe vorhin gerade gezogen. Ich habe zehn geöffnet. Nichts gezogen. Nicht mal knife. Nicht mal knife. Wahrscheinlich. Viel Glück. Ich? Ja. Okay. Ja? Ich habe gerade überlegt. Und nee. Nee. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist. Oh man, ich krieg's gezeichnet, XR2, man, da hab ich schon tausend Stück davon. Ne, es wird nichts mehr gut, es ist eindeutig alles vorbei. Ne, es kommt nix, man. Ne, das, selten, normal, legendär, wen juckt's, ich will ne neue Waffe, man, bitte, nein, kein Thema für irgendwas barock, hab ich auch schon gezogen. Komm, 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 gib mir was, das ist wieder so ein schlechtes Käst, zweimal normal, einmal selten oder so ein Scheiß, ja, ist es, in Piano für die Trakkon, man, hab ich wirklich schon 300 Millionen Mal gezogen. Oh man, ich glaub ich brauch jetzt gleich ein Sauerstoffzelt oder so ein Scheiß, irgendwas, irgendwas brauch ich einfach. Ne, ey, weißt du, ich seh auch jetzt nichts krasses, es kommt einfach so, ja. Ich seh die ganze Zeit krasses, aber es kommt nicht. Ne, ich seh nix krasses, und dann zieh ich natürlich wieder irgendwas doppelt, Prestigestahlung für die P06, man, bekomm ich eigentlich nur Abfahrtwaffen, Akkus, Game Maker, P06, man, was ist das? Ey, komm, Osiris, man, Faro Laser, wen juckt, scheiß Laser, man, Dschungelparty, man, für die Vespa. Ich kann gleich nicht mehr richtig atmen, man, ich geh einfach down, ich hab ein HP, man, ich wurde so hart geimpfet von einem Spielmann, so eine Kiste noch, dann kannst du weiterziehen. Digga, es spielt, es will mich einfach wirklich so tot ficken, es ist... Hast du nix gezogen? Ne. Ja, dann zieh ich jetzt auch wieder nix. Viel Spaß dabei. Ey, beim letzten Mal, Digga, bei dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind, hatten wir acht verschiedene Waffen gezogen. Jetzt. Ich hab ein Fuhringesang gezogen bis jetzt. Fuhringesang. Ist das denn ernst? Digga, ich zieh lieber nix, als irgendwas doppelt. Shadow Claw! Als ob man unterbekommt dieses scheiß haptische Knife schon wieder, man. Haptisch! Du Drecksknife, man. Ich brauch dich nicht, man. Ich will ein neues Knife oder eine neue Waffe, doch keine Shadow Claw. Man, kann ich dich nicht gegen eine andere Waffe eintauschen, das wär so schön. Digga. Bärenangriff. Bärenangriff. Nee. 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 Ich bin absolut stark. Ich seh die neue Pistole! Nee. Das war doch nur eine AK5 Prestige. Ey, für die Locos hab ich jetzt auch noch Energie bekommen. Für wie viele Waffen will ich das noch? Hm. Tag, Mann. Absolut kein Glück. Nee, das ist so lächerlich. Ja. Totschick für Outrider. Als ob ich das noch will. Kann man das nicht irgendwie in Filter einstellen, dass ich nur Waffen sich und so... Das wär schön. Hm. Zwei noch. Hey. Gönn dir. Nee. Ey. Das gibt's einfach nicht, dass da absolut nichts von den neuen Sachen kommt. Absolut gar nichts. Ja, aber wirklich gar nichts. Es gibt vier neue Sachen, Mann, und es kommt nichts davon. Du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ich hab Furin Gesang und Shadow, glaub ich, jetzt gezogen. Ja. Ich viel Spaß. Ich gönn mir jetzt erstmal einen Chicken McNugget mit der Hand, mit der ich mich auf den Sack gegriffen hab. Hm. Ja. Geil. Hm. Dann wird weiter geöffnet. Kann ja nur gut bringen. Ich wette ich ein Stück jetzt daran. Hm. Monochrom für die Dingo, auch geil. Hm. Hm. Sturm für das Kampfmesser, Mann. Und ich hab mir gedacht, da kommt was krasses dabei. Aber nein. Da kommt wieder zweimal normal, einmal selten. Was sind das für Kisten? Komm, Mann. Man kann nicht mehr Pech haben als wir. Gib mir was. Das Ding. Hey, Joes. Das hab ich doch vorhin auch schon gezogen, Mann. Bin Juckner Scheiß. Ey. Die Haptisch-Tarnung sieht aber echt fresh aus. Sie sieht besser aus als die Energie- und Tarnung. Ich geb dir von mir aus alle meine komischen Haptisch-Tarnungen da, Mann. Digga, die ist animiert. Mir egal. Ein scheiß Pflaster als Visitenkarte. Wen juckt's? Hm. Okay. Ich muss schon wieder für Kryptos öffnen, Mann. Was ist da los? Komm, 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 komm. Hey. Es ist so. Guck mir das an. Zweimal eine Folie und einmal selten Himmel für einen Nomad. Als hätte ich das nicht schon vor 17 Jahren gezogen. Ne? Ohhhh. Ne? Es ist. Ich glaube, ich quitt gleich. Da wird der Game. Der ganze Steam-Account wird auf Ebay reingestellt. Gibt's jetzt in der Videobeschreibung zu ersteigern. Gönnt euch das Ganze einfach. Wieder Bombe für die Battery. Hab ich, glaube ich, vorhin gerade gezogen. Mega nice. Brauchst du, oder? Wollte ich schon immer haben, Mann. Am besten immer alles doppelt, Mann. Ich sammle die Dinger. Ich bin einfach ein Sammler und macht mir einfach Bock. Und am besten bekomme ich die neuen Waffen nie. Ja, niemals. Ne? Was seid das für Dreckskisten, Mann? Ich ziehe da jetzt einfach alles durch, Mann. Alles. Weil dann, ich quitt einfach. PC einfach wieder aus dem Fenster geworfen. Wer hat für den Reaper, Mann? Wen juckt es? Hey. Komm. Bitte. Es kommt euch diese Kisten an. Kontrast entfernen und Fingerdrohung. Das ist der Standard-Shit des... Ne, das kam bei Release raus. Wirklich. Es ist ja noch schlimmer. Es gibt kein Vergleich mehr. Das ist... Ne? Ne, Mann. Prestige für die HVK. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wollte ich das schon immer haben. So. Letzte Kiste. Da muss ich Doppel eintaschen. Da kannst du wieder weiterziehen. Da ist wieder mal nur Scheiße drinnen, Mann. Zieh weiter. Ja, Mann. Ich bin motiviert für die Kisten. Ja. Nice, Mann. Man sieht immer im Hintergrund bei episch in der Argus. Aber nie kommt sie. Ja, es ist echt so. Immer in der Argus. Die kommt nie. Und dann kommt irgend so eine Holz-Tallung einfach rengefallen. Ja, Mann. Das ist echt behindert. Oh, Gott. Ich seh da wieder irgendwas Epiche. Monochrom für die P06. Habe ich wahrscheinlich schon. Ey, ich zieh jetzt durch die Kiste einfach durch. Ne, Mann. Ich will... Ich will was Neues. Licht für die VIP, man. Brauch ich nicht. 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 Neue Sachen. Neue. Digga. Das Game. Neue. Black Metal für Nomads, Mann. Digga. Ich höre kein Heavy Metal oder sonst was. Ich brauche das nicht. Was ist los? Ich zähle jetzt auch alle bis ich keine Kryptos mehr habe. Gönn dir, gönn dir. Haptisch für die Dingo. Ja, wollte ich doch schon immer haben. Ja. Wahrscheinlich wollte ich die haben. Ey, ich seh da hinten eine Shotgun schon wieder. Eine Argus. Ne. Haptisch für die Pharoah. Digga. Ich zähle in jedem so Playroom Haptisch oder Energie. Und... Haben die das gemacht, dass man die Waffen nicht ziehen kann? Und wir verschwenden unser Geld? Ja, ist echt so. Wahrscheinlich werden die erst freigeschaltet. Ne. Ne, Mann. Es kommt nix. Es kommt absolut gar nix. 10.000 Aufsatzvarianten. Ich habe jetzt bis jetzt zwei verschiedene Waffen gezogen. Das ist eine absolute Energie. Und schon wieder. Und dann Prestige für die Vespa, Digga. Was ist los? Zwei Waffen habe ich bis jetzt gezogen. Zwei. 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 Ich habe drei gezogen. Und alles davon verdoppelt, Mann. Komm. Irgendwas. Ich ziehe einfach gar nix. Einfach gar nix ziehen. Das ist die Devise, Mann. Komm, bitte, Mann. Ich tausche die doppelten ein und ziehe dann gleich weiter, Mann. Gönn dir, gönn dir, gönn dir. Ja, 82. Da kann ich nochmal vier öffnen. Komm, let's go. Komm, 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 komm. Ich habe noch 132 Kryptos. Ja, ich habe gerade noch 126. Let's go. Da muss noch was drinnen sein. Eine der neuen Waffen jetzt. Nicht. Absolut nicht. Jetzt. Wahrscheinlich die Ritualtannung für den Raketenwerfen. Ich bin echt am Verzweifeln. Ich bin so am Verzweifeln. Das gibt's nicht. Ich kann mir so viel Scheiße ziehen. Absolut. Ich weiß es nicht. Absolut. Absolute Scheiße, die ich ziehe. Wow. Einzel. Das kann ich noch hoffen. Äh, äh, äh. Ja. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich... Das ist... Das ist... Das muss ein Tool sein, Digga. Ich habe endlich RPM für den Kopf-Thema gezogen, weil... bei dem... Oh, für den Ritualmann. Ja, Mann. Endlich. Also das, was du wolltest. Ja. Okay. Ich habe absolut nichts gezogen. Ja. Ich mache weiter mit absolut nichts. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Wenn ich das schon wieder sehe. Wenn man normal einmal selten. Wahrscheinlich geht es so weiter. Prestige für den Dredge. Wahrscheinlich geil. Let's go. Feuerschlitz. Okay. Zumindest etwas Neues, was ich noch nicht hatte. Okay. Ja, toll. Aber ey, das ist keine neue Waffe. Eine neue Sache. Zumindest etwas, Mann. Oh. Okay. Komm, komm, komm. Ich weiß übrigens auch, warum ich das nie so dumm da links öffne. Bei mir leckt das immer Todes rum. HVK für die Eneagon, Mann. Schon wieder das Ding. HVK für die Energie. Unwahrscheinlich. Und eine G und für die HVK am Ende, oder? Ja, Mann. Lass mich einfach in Ruhe. Hat keinen Bock mehr, Mann. 54 Gruppes habe ich noch. Vielleicht kann ich noch zwei selten öffnen. Bestimmt kann ich zwei selten öffnen, weil ich sechs zurückbekomme wegen Doppelte. Muss eigentlich so sein. Oder... Nee, es gibt ja drei, oder? Na doch, ich kann noch eins öffnen. Komm, letzte seltene. Da ist niemals in dem Ding drin. Prestige für den P06. Leute, schraubt mal die Zeit zurück. Wann habe ich das ganze Ding schon vorgezogen? Nee. Hey. Ja. Ich habe absolut nichts zu sagen. Was ist das für Bullshit? Also, ich bin jetzt verleitet, dass man sich beide 10.000 kaufen und parallel einfach öffnet, bis man was auch. Rüber machen. Ja, scheiß drauf. So Leute, wir haben jetzt verdammt viel Geld ausgegeben und bis jetzt noch nichts gezogen und haben uns gedacht, wir geben noch mehr Geld aus und werden noch weniger ziehen. Ja. Und ziehen jetzt beide gleichzeitig einfach. Wir hustlen da jetzt durch so schnell wie es geht und gucken, ob wir irgendwas machen. Irgendwas ziehen. Ich bin schon einfach am ziehen. Ich zieh schon. Wie egal, Digga. Auf geht's, let's go. Also, wenn es da jetzt irgendeinen Gaylord da draußen gibt, der das Video nicht liked, man. Und ohne Adblock guckt man dann... Oder mit Adblock guckt man. Der bekommt so eine Schelle, man. Ich werde ihn so hart verprügeln, man. Das ist unglaublich. Äh, Shadow Cloud und Wichsgesicht, man. Ich werde dir so trägig ins Gesicht wichsen, man. Du, ich fühl dich, wenn du mit Adblock guckst, du misset, man. In einem Supply Drop Energie und unhaftisch Tarnung wahrscheinlich, oder? Komm. Immer. Ich schwör's dir, ich zieh mich gleich nackt aus. Mir ist das scheißegal. Ey, P06 Energie und ich hab jetzt glaube ich für jede fucking Waffe Energie und schon gezogen. Ja, ich auch. Ich kotze gleich, man. Ich kotze gleich. Komm, man. Es ist haptisch. Weißt du, was ich heute schon mit alles doppelt gezogen hab? Ja, Digga, nur Waffen. Ich hab bis jetzt nur das Zeug doppelt gezogen. Ich hab auch nichts Neues gezogen. In jedem Supply Drop ist Energie und drinnen. Digga, wo sind denn die Waffen? Oh, ich zieh das mal. Was? Banshee heißt die? Oh, das ist die Shotgun, Digga. Was? Oh, ich hab die gar nicht erkannt, Mann. Wie sieht das, Tailos? Digga. Du hast die Shotgun gezogen? Ja, Mann. Ey, du Mist. Warte, 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 warte. Ich muss mir das jetzt angucken. Shotgun, let's go, Mann. Das ist die... Was ist das? Eine Pump-Action-Energie-Schroll, Flinte. Vorher einen tödlichen Energie-Bolzen. Also, wie du's gesagt hast. Ich hab's gesagt. So eine Plasma-Waffe, Energiewaffe. Ich bin gespannt. Ich muss den gleich testen, Digga. Ich mein, jetzt wird weitergezogen. Ich will auch was ziehen, um ihr seht, Mann. Weiter, weiter geht's. Komm, wir hast ihn da jetzt durch. Ich will die Pistole. Gib mir den Scheiß. Wir haben's eingehalten. Wir haben's gesagt. Wir ziehen so fucking lange, bis wir was ziehen, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das Sublight-Up-Opening hat wahrscheinlich 400 Euro gekostet. Wahrscheinlich, Mann. Digga, ich hab am Anfang die Shotgun nicht mehr erkannt. Die sah irgendwie aus. Ich wusste nicht, dass das die Shotgun ist. Oh, Gott. Größtes Minus-Geschäft, das möglich ist, Mann. 400 Euro für Sublight-Up-Opening. Let's go. Ich mein, ich zieh halt nur Körper-Tannungen. Ey, wenn ich da jetzt keine Waffe ziehe, in den ganzen Kisten, Mann. Ich werd... Ne. YouTube-Kanal wird direkt gelöscht. Ist mir scheißegal. Oh, Gott. Ich will vielleicht noch ein Knife oder die Pistole, Mann. Wenn ich die Pistole ziehe, dann... Halt dein Maul, Mann! Digga. Kein Wort mehr von deinem Scheiß... Ich will die Pistole. Fresse hören, solange ich nix gezogen hab. Oh, Gott. Komm, Mann. Gib mir jetzt was, du Pimmelberger. Hydro, Mann. Es kann nicht wahr sein, Mann. Irgendwas. Ja? Ne. Ist bei dir noch irgendwas cooles gekommen jetzt? Es kommt noch genug, glaub mir. Bei mir kommt alles noch. Halt dein Maul, Mann. Ey, wenn jetzt nicht alles kommt, weiß ich auch nicht. Teichost! Dreimal in einem Tablet-Up-Opening! Das gibt es nicht! Was hast du gezogen? Das ist in Teichos Körper-Tarnung, Mann. Dreimal schon in einem Opening. Warte, was kommt noch? P06? Äh, Ender-Pistole, Digga! Ich hab sie! Hey, halt dein Scheiß, Maul! Ich hab die neue Pistole! Ist das denn ernst? Die Rift E9, Digga! Die Rift E9, Mann! Yes! Ist das auch so eine Laserpistole? Ich weiß nicht, ja, es sieht auch schon aus. Warte, ich guck mir die kurz an. So. Ja, erst mal die Shotgun-Equipen. Rein da, ja? Das weg. Und wie sieht die Piste aus? Zwei-Schuss-Energie-Pistole. Fort-Energie-Polzen. Die Feinde mit zwei Kräfer-Auschein. Habe ich auch gesagt, Mann. Ja! Digga! Was ist los? Was ist mit den ganzen Energiewaffen los, Mann? Oh, Mann. Ah, Digga! Du ziehst jetzt in fünf Kisten beide Waffen, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich wette, ich werde nur Sachen doppelt ziehen. Ich bekomme keine dieser Waffen, Mann. Ja, wenigstens habe ich jetzt beides, Mann. Das ist doch so. Weißt du, es könnten wir irgendwas davon geben, aber nein, es gibt ja einfach beides. So lächerlich. Jetzt kommt noch irgendwie vielleicht... Knife? P06 Enderagon. Hm. Wahrscheinlich. Ich finde es gerade geil, dass ich beides gezogen habe, aber du gar nichts. Das ist so lächerlich, Mann. Da ist mein Glück. On Point. Verstoß für die KRM, Mann. Habe ich auch dreimal, glaube ich, heute schon gezogen. Warte, wie viele hast du jetzt eigentlich schon geöffnet? Warte, ich gucke, ich bin gerade am Öffnen. Monochrom für die HVK habe ich heute auch schon gezogen. 7600 habe ich noch. Okay, ich habe, warte. Warte, warte, warte. Ich habe noch... 7600, ja? Sind wir gleich auf. Let's go, Mann. Mann, komm. Wie schnell wie der Tourkasten. Und es kommt absolut nichts von mir. Enderagon für die ICR. Nice! Artlist. Na, Kampffahrfahrt ist der Dolch. Huh! Was ist das denn? Ach so. Ich habe Dolch gezogen. Nice. Zumindest was. Und jetzt kommt die scheiß Waffen noch, Mann. Ich will den neuen Waffen. Jetzt kommt zumindest ein paar Sachen, okay? Jetzt die Shotgun vielleicht da kommt was krasses, oder? Ey, warum bekomme ich immer Eistarnung für den scheiß Shotgun in episch, Mann? Was ist das? Weißen. Und ich glaube, ich habe wirklich für die... Also die 2 neuen Tarnung, haptisch und Energie und für jede neue Waffe schon gezogen. Ja, das ist echt so. Ich habe schon doppelt dreifach gezogen für ein paar Waffen. Wieder Energon für die ICR 2 habe ich auch zehnmal schon gezogen heute. Energie und nicht Energon. Das wäre scheißegal, Mann. Das ist eine scheiß Behinderten-Drecks-Tarnung. Oh, fuck. Gorgon incoming. Ja, Sturm Gorgon. Habe ich glaube ich heute auch schon gezogen. Komm schon. Dann mal los. Was? Mann. Verdammt. 6.000 Punkte noch, Mann. Ich habe noch keine der Waffen. Äh. Ich will noch die neuen Knives. Das wäre sick. Ich werde jetzt bekommen, wie ich dann noch eine MX-Doppel oder so. Wenn ich bei den neuen Knives ziehe, das wäre sick. Das auch noch. Sonst noch eine extra Wurst, oder was? Ja, Mann. Egal. Die anderen Knives auch noch, die mir fehlen. Vielleicht noch direkt. Wer für Elphi sieht, ich finde es auch. Weißt du, dann kommt ein bisschen Kupferstich, Mann. Für die RK5. Ja, belastend halt. Das ist Karma, Mann. Ich weiß, Karma, Mann. Das ist absolut unverdient. Ich weiß es nicht. Eigentlich hättest du die Waffen mehr verdient als ich. Komm schon. Nix. Kommt nix. Nee, es kommt absolut gar nichts, Mann. Sicher, wenn ich da durchhäusle. Ich bin einfach nur mein Drücken. Wo ich nur noch zweimal normal und einmal selten drin habe in den Kisten. Guck dir das an. Ja. Die ganze Zeit. Haptisch, Mann. Und wieder zweimal so eine Dreckskacke. Oh, Mann. Mir kommt gerade die Hamster dieses Jahr eigentlich schon mit den lilanen Tarnungen. Königlich, Dark Matter, Anergeon. Was kommt noch? Lila gibt es noch als Tarnung. Hä? Ey, die haben nur lilanen Tarnungen in diesem Jahr. Guck, verstehe ich für die Dragon, Mann. Ich bekomme nur Abfuckwaffentarnungen. Ne? Ey, der nächste Teil von Track ist dann ein lilan Obst. Endergon oder wie auch der Scheiß heißt für die Gorg, Mann. Habe ich wirklich fünfmal gezogen heute schon. Guck das bitte nach. Du hast du nicht. Ja, für den Ruin. Ich habe da gerade einen Butterflyer 11 gesehen, aber ist es nicht gekommen. Okay. Endergeon schon wieder dich. Ja. Ich bin fast durch und habe keine mehr. Nix gezogen. Was? Ich habe noch 3.400 Points. Was ist los? Ich habe 3.800, aber ich bin ja fast durch, Mann. Von 13.000. Du. Hey, Prestige für die VMP. Stell dir vor, ich ziehe. Arsch. Digga, stell dir vor, ich ziehe die neue Wand verdoppelt. Mhm. Ich stelle mir gerade gar nichts mehr vor, Mann. Komm schon. Zwei mal normal und einmal fällt in einer Kiste, Mann. Da ist es vorbei mit der Vorstellungskraft. Ne, ne, ne. Ja. Ich will wirklich noch einen neuen Knife. Ich schwöre, wenn ich keine der zwei neuen Waffen habe, bekomme ich gehe direkt auf. Mir ist scheißegal. Hehehe. Du siehst, du siehst, du hast neu, ist keine Sorge. Ist noch ein langer Weg von uns. Ich habe 3 Mal in Folge, 2 Mal normal und einmal Sätzen in der Kiste gehabt. Wahrscheinlich. Noch mal, oder? Ja, gibt Hanon. Wahrscheinlich. Du kriegst die Steine für die Mänowar. Wahrscheinlich. Oh man. Ich bin echt am Verzweifeln. Weißt du, ich sehe auch gar nichts mehr Episches. Nein. Naja. Ich möchte eigentlich nur ein neues Knife. Ich will nämlich wissen, wie die aussehen. Sonst bin ich neugierig. Jetzt habe ich die Warten. Jetzt will ich die Knives. Ich habe einen Angelegenheit in der Kiste. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Oh Gott, Mann. Du tust mir leid. Hier, du tust mir leid. Wahrscheinlich mir fehlen 8 Waffen oder so. Wahrscheinlich. Ich sehe dann alles doppelt so. Oh Gott. Oh Gott, Mann. Oh, du tust mir leid. noch einmal gezogen. Oh Gott. Wie sieht's aus? Weißt du, was ich noch gezogen habe? Was? Brechstange. Wahrscheinlich hatte ich die schon. Warte, wie viele neue Seiten hast du heute schon gezogen? Zwei. Und das war... Feuerschlitzer, und? Feuerschlitzer und... äh, Dolch. Das war's. Okay, Mann. Äh, ich kann 460 Kryptos eintauschen. Sag. Das ist so lächerlich. Digga. Da muss noch mal was kommen. Nein. Muss noch drin sein. Das gibt's nicht. Zwei Kisten noch, dann war's das von meiner Seite. Hm. COD-Punkte vorbei. Das letzte Case. Vielleicht wieder was doppelt im letzten. Ne, zweimal normal, einmal selten. Wahrscheinlich, Digga. Meine COD-Punkte sind auch vorbei. Ich bin grad am eintauschen. Das dauert ne Weile. So, jetzt kann ich weiterziehen. Oh! Ah, schade. Ah, Energie und für die Game Maker, Mann. Komm. Bitte. Ein Knife wär noch drinnen, oder Gott? Bitte, warte, ich muss beten. Bitte, 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 gib mir noch ein Knife. Okay, so funktioniert's nicht. Einfach fast 1000 Kryptos, Mann. Was heißt eigentlich Alu Agba? Geheiligt der Gott, oder? Oder irgendwie sowas. Was heißt, Digga, das ist auch so irgendwas zu Gott anbetung. Alu Agba, Mann. Oh, bitte. Was macht's bei mir gerade nämlich? Hahaha. Digga, das kommt nix. Das heißt bei dir, es kommt nichts, wenn du hast beide Waffen, Mann. Du kannst dir öffnen und ihren runterholen, Mann. Ja, ja, ja. Digga, ich will ja noch mehr, Mann. Man kann nie genug haben. Ich würde mich mit einer der Waffen schon zufrieden geben. Aber nein. Ich bekomme L4 Siege. Brechstange. Schädelbrecher. Ey, was ist eigentlich die Chance? Ich habe in den Abstreifen von 10 Sampleitums die zwei neuen Waffen gezogen. Du hast doch nicht gelassen. Mhm. Guck dir mal die letzte Stunde von dem Video da an, Mann. Dann kannst du dir die Chance ausrechnen. Wenn ich wissen, was wir dürfen. Nee. Arbeit, Leute. Ich bin so unglaublich, Mann. Guck, versteh ich für dich, Mann. Dieses Spiel, Mann. Ich werde alle fucking Entwickler finden, Mann. Schädelbrecher noch mal gezogen. Was ist das, ihr minderwertigen Missgeburten, einfach? Oh, Gott. Nein, verlassen. Verlassen. Was ist das? Nee. Man kann nicht mehr... Guck mal, ich muss das jetzt noch mal herzeigen, Leute. Guckt euch das an, was mir alles fehlt. Guckt euch das an. Hier, die Pistole fehlt mir. Naikampfwaffen. Guckt euch das an, wie viele Waffen, dass mir fehlen. Und dann noch, bei der Shotgun, die fehlt mir auch noch. Wie ist das möglich, dass ich so viel doppelt ziehe? Wie ist es möglich? Erklär mir das, bitte. Ich will eine genaue Aufschlüsselung in die Kommentare. Mit allen Wahrscheinlichkeiten im Detail ausgerechnet. Wenn das falsch gerechnet wurde, Mann. Ich werde zu eurem Lehrer fahren und ich werde so bei ihm try haben, dass er alle durchfällt, Mann. Ihr müsst die ganze Schule von der Volksschule wieder anfangen, Mann. Fertig. Ja. Erneutig. Es kommt aber bei mir auch nichts mehr, also... Ja. Mein Shotgun und Pistol. Mehr wollte ich nicht. Scheiße, Mann. Weißt du, mir fehlt zwar die L4 Siege, aber es juckt mich eigentlich gar nicht, dass mir die fehlen, weil die Waffen sowieso scheiße sind. Es juckt mich gar nicht, Mann. Ja. Auch wenn auch Trader wieder... Totschig. Ich habe schon keine Ahnung, wie oft gezogen. Ah, komm. Siehst du noch? Mhm. Mhm. Super motiviert. Mhm. Sonnenschein für dich immer. Sex. Auch fresh aus. Ja. Also ich bin noch komplett motiviert für neue Waffen. Ja, wir können ja gerne nochmal 13.000 kaufen und weiterzocken. Ja. Digga, ich habe so lange jetzt schon nichts mehr gezogen. Ich habe wirklich jetzt... Ja, warte. Da habe ich 40 Supply Drops nichts mehr gezogen von Waffen. Was habe ich das letzte doppelt gezogen? Ja. 10 Kisten, ja. Und davor noch mal 10 Kisten, ja. Ja, ich aber gar nicht, Mann. Ich ziehe gar nichts mehr. Ja, sei froh darüber, dass du nichts doppelt ziehst, Mann. Ja, Digga, ich will vielleicht auch neue Waffen. Was ist an einer neuen Waffe neu, wenn du es tun hast, Mann? Da ist nichts neu daran. Ja, ich will die Chance haben, dass ich eine neue Waffe ziehe. Aber bei mir kommt nicht meine Waffe gerade. Ah, die Kupfer sticht schon wieder. Ja, da kommt absolut gar nichts. Ja, 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 ja. Gubern. Butterfly. Jamal. Butterfly. Gönn dir, Mann. Wahrscheinlich gönn ich mir das. Gönn's dir, Digga. Gönn's dir. Soll ich's vielleicht nochmal erklären, wie viele Waffen mir fehlen? Also, mir fehlen 4 Knives und 11 Siege. Digga, feiere ich. Der hat gar noch ein Pistol. Ich bin schon wieder am doppelte Eintauschen. Ich kann nochmal 10 öffnen. Oh, und Cowboy? Outlaw. Sehr rast. Sieht aber auch fresh aus. Komm schon. Halleluja. Oh, Mann. Ich gewinne so. Ja, du sagst es. Sagst es, es kommt nix mehr. Es kommt bei mir absolut nix mehr. Baseballschläger. Digga, wie viel ziehst du eigentlich? Du ziehst so viele Waffen. Ich hab keine gezogen. Ich hab nie mehr. Ich schwitz wie ein Schwein. Ich zieh nicht meine Waffe. Ich hab die Pistol und die Shotgun gezogen. Willst du vielleicht noch öfter sagen, dass du die Pistol und die Shotgun gezogen hast? Ne, aber die hab ich gezogen. Digga, was hast du gezogen? Ich bin glaube ich schon demnig und verstehe es einfach nicht. Ich hab 100 Playdrops geöffnet. Über 100 Playdrops und nur zwei Waffen. Warte, welche was du genau hast hast du nochmal gezogen? Ich hab's glaube ich immer noch nicht verstanden. Kannst du es mir bitte aufschreiben, Mann. Ich verstehe es nicht. Nicht die Buchstabierung in allen Sprachen übersetzen. Wie hab ich im Stift? Warte, ich hab im Stift. Hab ich irgendwas zum Schreiben? Ja, das geht doch, oder? Scheiße, da ist schon was anderes drauf. Leute, ich streb's dir auf. Da ist nix drauf. Pistol. Und Shotgun, oder? Oder? Ja, bin ich dir auf. In wunderbarer Schrift. Geil ist, ich öffne. Also ich hatte ja durch das Ziehen von der Krypto-Punkte, oder COD-Punkte, 980 Kryptos. Da, Digga. Ich hab alles geöffnet, hab jetzt doppelt eingetauscht und hab wieder 350 Kryptos. Wahrscheinlich sieht man's gar nicht. Pistol und Shotgun fehlt dir noch, Digga. Yes. Yes. Genau so. Und sechs Likes oder so? Vielleicht kannst du auch noch dazu schreiben, ja? Ja, kann ich auch noch dazu schreiben. Wunderbar. Aber Benni, ich hab bis jetzt nur Pistol und Shotgun gezogen. Oh. Ja. Benni, du hättest wenigstens vielleicht ein neues Neif ziehen können, oder? Ja, ich hab gar nichts Neues bekommen. Ich hab zwei neue Sachen bekommen im Endeffekt. Ich kann noch zwei selten eröffnen. Du? Ich öffne noch die ganze Zeit. Woviel kannst du noch eröffnen? Genug. Wenn ich hier alles doppelt ziehe. Das ist eine Endlosschleife. Ich ziehe was, tausche doppelt ein und kann wieder ziehen. Das Game hör, das kann ich aufhören. Das geht ins Endlose. Nein. Ich hab nichts mehr gezogen. Problem tauschen bringt auch nicht. Ich guck mir in der Zwischenzeit alles durch, was ich so gezogen hab. Ja, ja. Wahrscheinlich. 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 Das ist so, dass da ein Neuer Able sein kann. Ich ziehe es noch was geiles. So, ich glaub die letzten drei Kisten sind da jetzt. Komm schon, auf geht's. Ich ziehe noch was geiles. Und? Wie sieht's aus? Oh. Nicht so prickelnd. Ist ja geil, Mann. Nochmal Doppel-Eintausch. Warte, ich hab 350 Gruptos. Müsste eigentlich bedeuten, ich bekomme jetzt wieder 350 Gruptos zurück beim Doppel-Eintauschen. Ich bin schon auf über 120. Okay. 120 ungefähr. Let's go. Noch mal ein paar öffnen. Nochmal Scheiße ziehen. Wieder alles doppelt ziehen. Nochmal doppel-eintauschen. Sakura habe ich heute auch schon viermal gezogen. Aber das sieht richtig geil aus. Ich glaub, wenn man es viermal halt sieht, viermal halt. Ähm. Ne. Ich lass Regen einfach bleiben. Oh Gott. Ja. Ich equip gerade alle neuen Slafe. Da ist das Nive. Ich siehst. Ja. Nightbreaker, Mann. Hast du neue Slafe genug gezogen? Ja, aber ich will trotzdem eine neue Waffe, du. Okay. Zumindest noch was cooles. Eine Slafe, Mann. Bei dem ganzen Scheiß, was wir geöffnet haben. Ja, Mann. Doppel-Eintauschen, Mann. Komm. Geht noch was. Geht noch was. Auf einmal ziehst du alles noch. Ne, das glaub ich dann auch nicht. Kupferstich für die Trakorn. Hab ich heute auch schon bekommen. Oh Gott, Mann. Die Klasse. Letzte Kiste. Da ist nichts drin. Ne. Ich war... Ne. Ich würd sagen, das war's, oder? Ja, ich gehe off. Tschau. Ja, Leute. Also, wenn euch das ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Zwei Neue Waffen und das Neue Neuf. Ne, Ne, Fehl. Aber, ja. Ah, ne. Es reicht jetzt erst mal. Es reicht jetzt erst mal. Also, Leute. Haut rein und es ist wie immer beim nächsten Mal. Tschau.